Wie gut lässt sich eigentlich das Galaxy S22 Ultra reparieren? Die Antwort bekommst du in dieser Repair Review. Unsere Repair Review gibt dir einen guten Überblick über alle wichtigen Punkte zur Reparierbarkeit eines Smartphones. Zum Beispiel, wie leicht es sich öffnen lässt und wie gut die Ersatzteilverfügbarkeit ist. So weißt du schon ganz genau, an welchen Stellen es zu Schwierigkeiten kommen kann, bevor du mit deiner eigenen Reparatur startest. Unsere Gesamtbewertung am Ende des Videos hilft dir dann auch einzuschätzen, wie gut sich das S22 Ultra im Vergleich zu anderen Smartphones reparieren lässt. Maximal kann es 100 Punkte erreichen. Wenn du mehr zu unseren Bewertungskriterien erfahren willst, findest du einen Link dazu in der Infobox. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns riesig freuen, wenn du das an dieser Stelle einmal nachholst. Das Ganze ist kostenlos und du unterstützt damit nicht nur unsere Arbeit, sondern verpasst auch keines unserer Videos mehr. Jetzt geht's aber wirklich los mit dem Video. Viel Spaß! Das Galaxy S22 Ultra ist das aktuelle Flagship-Modell von Samsung. Es kam Ende Februar 2022 auf den Markt. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C auf USB-C-Kabel und ein SIM-Tool. Auf die Mitlieferung von Netzteil- und Kopfhörern verzichtet Samsung, genau wie Apple bereits seit längerem. Aus Umweltsicht finden wir diese Entscheidung super. Der Gehäuserahmen des S22 Ultra besteht aus hochwertigem Amor-Aluminium, Backcover und Display aus kratz- und bruchresistentem Gorilla-Glas. Als erstes Modell der S-Serie hat es einen S-Pen im Gehäuse integriert, der zusätzliche Bedienungsoptionen bietet. Das Galaxy ist außerdem 5G-fähig, hat eine IP68-Zertifizierung und ist mit dem Exynos 2200-Prozessor ausgestattet. Der Tausch des Backcovers ist beim Galaxy S22 Ultra die leichteste Reparatur. Da es über die Rückseite geöffnet wird. Da das Backcover stark verklebt ist, muss es im Vorfeld ausreichend mit heißer Luft erwärmt werden. Ist der Kleber weich geworden, lässt es sich mit Hilfe eines Saugnapfs und eines flachen, stabilen Werkzeugs relativ einfach anheben und vom restlichen Gehäuse lösen. Werkzeuge wie das Ice-Gleck und das scharfkantige Ice-Flex können dir das Lösen des Backcovers erleichtern. Alle Werkzeuge aus diesem Video findest du in unserem Online-Store auf idoc.eu. Unter dem Backcover befindet sich groß und dominant die Ladespule mit integrierter NFC-Antenne. Ist diese abgenommen, kommt der übersichtliche Innenaufbau des S22 Ultra zum Vorschein. Grob lässt sich das Galaxy in drei Teile einteilen. In der Mitte befindet sich unter Display- und Verbindungskabeln der Akku. Im oberen Bereich befindet sich die Hauptplatine mit dem Prozessor und dem Kameramodul. Im unteren Bereich liegt die USB-Platine, über der noch das Lautsprechermodul mit integriertem Vibrationsmotor verschraubt ist. Die Quad-Kamera des S22 Ultra setzt sich aus vier einzelnen Kameraobjektiven zusammen. Einem 108 Megapixel-Weitwinkelobjektiv, einem 12 Megapixel-Ultra-Weitwinkelobjektiv, einem 10 Megapixel-Teleobjektiv mit dreifach optischem Zoom und einem 10 Megapixel-Teleobjektiv mit zehnfach optischem Zoom. Ergänzt wird die Quad-Kamera durch eine 40 Megapixel-Frontkamera. Sowohl für den Tausch der Quad- als auch der Frontkamera muss zunächst die Kunststoffabdeckung über der Platine und dann auch die Platine selbst entfernt werden. Die Objektive der Quad-Kamera lassen sich mit einem Spudger leicht von der Rückseite der Hauptplatine trennen. Das Ultra-Weitwinkelobjektiv ist dabei zusätzlich leicht verklebt und muss aus seiner Führung herausgehebelt werden. Das Ausbauen der stark verklebten Frontkamera ist etwas knifflig. Sie muss zunächst gut erwärmt und anschließend mit einem spitzen Werkzeug aus ihrer Führung gehebelt werden. Dabei kann sie leicht beschädigt werden. Das Galaxy S22 Ultra hat ein 6,8 Zoll großes, hochauflösendes OLED-Display mit einem hohen Helligkeitswert von 1750 Nits und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Im originalen Ersatz-Display ist abgesehen von den Tasten und der Hörmuschel noch nichts vormontiert. Alle anderen Komponenten müssen deshalb übernommen werden, was den Displaytausch im Vergleich zur aufwendigsten Reparatur macht. Fast alle Komponenten sind aber gut erreichbar und leicht auszubauen. So müssen zum Beispiel nur wenige Schrauben gelöst werden, um den Lautsprecher mit integriertem Vibrationsmotor auszubauen. Die Hörmuschel ist ebenfalls in wenigen Handgriffen herausgenommen. Das passende Ersatz-Display und das passende Werkzeug für den Displaytausch sowie eine ausführliche Reparaturanleitung findest du auf unserer Website idoc.eu. Die Links dazu findest du in der Infobox. Der Akku des Galaxy S22 Ultra hat Power. Mit 5000 mAh verspricht er eine lange Laufzeit und passt sich sogar automatisch an das Nutzungsverhalten an, um Strom zu sparen. Muss der Akku dann doch mal geladen werden, geht das durch die unterstützte Superschnellladefunktion extra schnell. Im Lieferumfang ist das dafür notwendige 45-Watt-Netzteil jedoch nicht enthalten. Sind andere in Akku Not, kannst du über die Wireless-Power-Share-Funktion sogar Akkuladung teilen. Der Akkutausch ist beim S22 Ultra leider relativ schwierig, da er Samsung-typisch stark und großflächig verklebt ist. Um ihn ausbauen zu können, muss er ausreichend erwärmt und herausgehebelt werden. Dies erfordert gerade für Reparaturneulinge, Geduld und Fingerspitzengefühl, um ihn dabei nicht zu verbiegen. Auf dem originalen Ersatzakku des Galaxy S22 Ultra sind bereits Klebestreifen auf der Rückseite integriert. So musst du nur die Schutzfolie von der Rückseite abziehen, bevor du ihn wieder im Gehäuse festdrückst. Unsere ausführlichen Videoanleitungen zum S22 Ultra haben wir dir in einer Playlist hier auf YouTube zusammengestellt. Dort kannst du dir unter anderem den Akkutausch Schritt für Schritt anschauen. Insgesamt sind im S22 Ultra 17 Philips-Schrauben in nur zwei unterschiedlichen Längen verbaut. Dies hält nicht nur die Reparatur übersichtlich, sondern auch die Anzahl der benötigten Werkzeuge. Für noch mehr Übersichtlichkeit sorgt eine Magnetmatte, auf der du die kleinen Schrauben und Bauteile während der Reparatur sicher ablegen kannst, ohne dass sie verrutschen. In unserem Werkzeugset sind sowohl die Magnetmatte als auch alle anderen Werkzeuge enthalten, die du für die Reparatur des S22 Ultra benötigst. Wir verlinken es dir in der Infobox. Durch kleine Einkerbungen und Pfeile zeigt dir Samsung an, wo du dein Werkzeug am besten ansetzen kannst. Markierungen auf Kabeln bieten eine zusätzliche Unterstützung. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für das Galaxy S22 Ultra ist gut. In Online-Stores kommst du neben Akku und Display auch gut an kleinere Original-Ersatzteile heran. Mit dem passenden Ersatzteil lässt sich dann auch der Ausgangszustand des S22 wiederherstellen. Du musst also nach einer Reparatur nicht mit Einschränkungen der Soft- oder Hardware rechnen. Finden wir super. Genauso sollte es sein. Nach den Kriterien unserer Repair-Review kommt das Samsung Galaxy S22 Ultra insgesamt auf 74 von 100 möglichen Punkten und schneidet in Sachen Reparaturfreundlichkeit damit gut ab. Das Galaxy lässt sich mit ausreichend Heißluft und dem richtigen Werkzeug gut öffnen. Insgesamt bleibt die Anzahl von Werkzeugen, die für die Reparatur nötig sind, überschaubar. Durch Einkerbungen und kleine Pfeile an Komponenten gibt Samsung außerdem Hilfestellungen, wo man das Werkzeug am besten ansetzen kann. Der Displaytausch ist die aufwendigste Reparatur. Da im Ersatzdisplay abgesehen von Tasten und Hörmuscheln noch nichts vormontiert ist, müssen alle anderen Komponenten ausgebaut und übernommen werden. Der Ausbau der einzelnen Komponenten ist jedoch einfach, da sie gut erreichbar und nicht kompliziert miteinander verschachtelt sind. Die Tatsache, dass nur eine Schraubenart in zwei unterschiedlichen Längen verbaut ist, hält die Reparatur übersichtlich. Durch die gute Verfügbarkeit von originalen Ersatzteilen für das S22 Ultra kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Du musst also nach einer Reparatur nicht mit Einschränkungen der Soft- oder Hardware rechnen. Der einzige negative Punkt ist der Akkutausch. Durch die starke und großflächige Verklebung ist es relativ schwer, ihn zu lösen. Gerade als Reparatur-Neuling musst du aufpassen, ihn beim Heraushebeln nicht zu verbiegen. Wenn dir unsere Repair-Review gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Aktiviere auch die Glocke, um unser nächstes Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör für deine Smartphone-Reparatur findest du bei uns im Store. iDoc – Alles für dein Smartphone. Mehr Repair-Reviews und weitere hilfreiche Videos findest du hier.